Mit Selina, Yassin Mohamed lässt sich Partner-Tattoo stechen Yassin Mohamed, 32, ist bereits ein alter Hase in Reality-TV. Aktuell ist er in der täglichen Show La Familia, House of Reality, auf RTL 2 zu sehen. Für die Sendung gründete Yassin eine Influencer-WG mit vier attraktiven Ladies, Melina Hoch, Fabia Banks, Sarah Aslan und Selina Weissner. Bekannt als Zglina, 25. Vor allem Letztere hat es dem TV-Macho angetan. Mit Selina im Schlepptau besucht Yassin in der aktuellen Folge das Tattoo-Studio seines Vertrauens in Hamburg. Eigentlich sollte die Blondine nur als seelischer Beistand dienen, doch der Tag nahm eine unerwartete Wendung. Hallo, mein Name ist Yassin Mohamed und ich lasse mir ein Partner-Tattoo mit einer jungen Dame stechen, die ich seit drei Wochen kenne, verkündet der Münchner fröhlich. Die Mitbewohner spielen kurz mit dem Gedanken, sich ihre Initialen tätowieren zu lassen, doch letztendlich findet das Duo ein passenderes Motiv, jeder bekommt ein Strich-Männchen. Während bei Yassins Exemplar der Strich, der den Körper darstellt, fehlt, hält Selinas Männchen diesen in der Hand. Darüber stehen die Worte I got you back, was sinngemäß so viel wie ich stärke dir den Rücken, bedeutet. Es spiegelt sehr gut wider, was wir momentan durchleben, erklärt der 32-Jährige und spielt dabei auf das ständige Auf und Ab der beiden an, während er und Selina sich in der Sendung zeitweise als Bro und Cis bezeichnen. Er musste die Blondine dank Yassins durchzechten Partynächten auch schon einiges mitmachen. Nach einer Feier in Köln war er für einige Stunden verschollen und erschien nicht zur vereinbarten Zeit am Treffpunkt für die Heimreise nach München. Danach hing der Haussegen erstmal schief. Durch einige Schmeicheleien und Geschenke konnte der Frauenheld seinen Patzer jedoch nochmal gerade biegen. Trotz seiner vielen Anspielungen auf eine mögliche Anziehung zwischen ihm und Selina sei es für Yassin Tabu, mit einer Mitbewohnerin anzubundeln.